Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video werde ich euch Streamlabs OBS vorstellen. Streamlabs OBS ist eine von Streamlabs entwickelte Software, die auf der Core Engine von OBS basiert. Das heißt, wenn ihr OBS Studio schon kennt, dann wird euch das nicht ganz fremd sein. Und zwar hat sich Streamlabs gedacht, wir nehmen OBS, weil das ist ein super Tool und bauen dann noch ein bisschen was drumherum. Was bedeutet das? Ja, normalerweise habt ihr OBS Studio und dann habt ihr noch ganz viele andere Fenster. Ihr habt nämlich noch eure Alerts, eure Streamlabels, ihr habt ein Chatfenster offen, ihr wollt gucken, wie viele gerade zuschauen. Ja, und da ist ja der Desktop schon ganz schön voll. Und Streamlabs hat jetzt eine Applikation entwickelt, nämlich Streamlabs OBS, wo alles in einer Applikation ist und euch noch Möglichkeiten bietet, alles direkt in diese Applikation einzubinden. Sprich, ihr braucht nicht mehr extra irgendwo eure Alerts anlegen, eure Streamlabels. Ihr braucht auch nicht mehr gucken, wie optimiere ich jetzt meine Settings, um weniger CPU zu verbrauchen. Da kommt Streamlabels OBS nämlich auch schon ins Spiel. Ja, und ihr habt dann noch ganz viele weitere Gimmicks. Und in diesem Video werden wir mal schauen, wie wir das Ganze installieren, wie schnell wir dort auch von OBS direkt die Settings importieren können und was wir alles darin finden. Also, bis gleich. So, und los geht's. Damit wir starten können, brauchen wir natürlich erstmal das Programm selbst. Und das bekommt ihr auf der Website von Streamlabs. Dafür geht ihr auf streamlabs.com. Dann kommt ihr auf diese Seite und dann geht ihr auf Streamlabs OBS. Ihr seht hier nun eine Seite, wo beschrieben ist, was Streamlabs OBS überhaupt alles kann. Aber wir wollen direkt loslegen. Das heißt, wir laden uns den Beta-Client runter. Ja, momentan befindet sich Streamlabs OBS noch in der Beta. Das macht aber nichts. Man kann's schon mal ausprobieren. Man kann's auch schon wirklich live benutzen. Und es wird bestimmt auch demnächst dann die richtige Vollversion kommen. Aber selbst so bringt das schon Spaß. Also, wir klicken hier mal auf Download Beta. Und dann wird der Beta-Client für uns heruntergeladen. Und dann würde ich sagen, installieren wir das Ganze. Und dann, sobald ihr fertig seid mit dem Installieren, zeige ich euch, wie ihr weitermacht. Nach dem Start der Anwendung könnt ihr euch direkt dazu entscheiden, mit Twitch oder YouTube anzumelden. Dadurch wird dann halt das ganze Programm auch gleich mit eurem Account verknüpft. Da ich über Twitch streame, werde ich hier direkt mal auf Twitch klicken. So, und dann kommt die typische Twitch-Anmeldemaske. Hier gebt ihr einfach eure Benutzerdaten ein. Und danach, ja, let's go. Wir machen das Ganze mal zusammen. Ihr werdet dann gefragt, ob Streamlabs auf euren Twitch-Account zugreifen darf. Das müsst ihr natürlich autorisieren, sonst funktioniert das Ganze nicht. Im nächsten Schritt könnt ihr nun eure bereits bestehenden Szenen und Quellen von OBS importieren. Also, solltet ihr OBS bereits einsetzen, könnt ihr das Ganze hier importieren. Oder ihr sagt, nein, ich will ganz von vorne anfangen, alles neu aufsetzen. Dann klickt ihr Start Fresh. Wir importieren mal, was wir vorher in OBS schon als angestellt haben oder eingestellt haben. Und gucken dann, wie gut das funktioniert. Ja, successfully imported. Das Ganze wurde importiert. Soll wohl alles jetzt da sein. Das schauen wir uns gleich mal an. Im nächsten Schritt könnt ihr dann auch Widgets hinzufügen. Ihr kennt ja schon die anderen Videos von mir, wo ich das Ganze mit Tippy-Stream umgesetzt habe. Sprich, ihr könnt eine Alert-Box hinzufügen. Oder ihr könnt halt ein Follower-Goal, Donation-Goal. Ihr könnt auch eine Event-Liste hinzufügen. Also, ihr könnt ja alles Mögliche an Widgets, wird das hier genannt, hinzufügen zu eurem Stream. Wir haben jetzt noch kein Widget hinzugefügt. Das Ganze werde ich nochmal in einem extra Video genau erklären, wie das funktioniert. Also, gehen wir einfach mal weiter. Um zum nächsten Schritt zu kommen, klicken wir einfach auf Setup Later. So, nun kommen wir zu einem Schritt, der wirklich sehr cool ist. Das habt ihr bei OBS nicht. Und zwar werde ich auch persönlich immer gefragt, Hey, Nielsen, mit welcher Auflösung soll ich denn streamen? Welche Bitrate soll ich einstellen? Was kann meine Computer-Hardware überhaupt ab? Was macht meine Internetleitung mit? Ja, diese Fragen braucht ihr euch gar nicht mehr stellen. Denn dieser Schritt überprüft halt im Hintergrund eure Computer-Hardware. Also, komplett einmal, was ihr drin habt. An CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte und, und, und. Und es testet auch eure Internet-Connection. Und dann optimiert es halt den Stream und stellt ihn schon mal so für euch ein, dass ihr wirklich gut streamen könnt. Wir lassen das Ganze mal durchlaufen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. So, jetzt wird gerade ein Internet-Test gemacht. Hier, Performing Bandwidth-Test. Bedeutet halt geguckt, wie schnell meine Internetleitung ist. So, dann wird der Streaming-Encoder getestet, der Recording-Encoder. Und dann werden die Settings eingestellt. Jetzt sollte alles eingestellt sein. Und ich könnte eigentlich direkt loslegen zu streamen. Also, ich brauche keine Settings mehr einstellen, um die Bitrate einzustellen oder zu definieren. oder die Auflösung. Das sollte jetzt alles durch Streamlabs OBS schon geschehen sein. So, jetzt sind wir auch in der Hauptübersicht. Die kennt ihr eigentlich noch aus OBS, wenn ihr das schon gemacht habt. Sieht fast gleich aus. Und jetzt sollte eigentlich durch dieses Optimieren, hier oben rechts, könnt ihr auf Settings gehen. Und dann könnt ihr auf Output gehen. Das ist auch noch ziemlich gleich mit OBS gehalten. Sollte das Ganze eingestellt sein. Und zwar hat OBS oder Streamlabs OBS jetzt gesagt, wir stellen deine Video-Bitrate auf 6.000. Das ist das Maximum für Twitch. Mehr geht bei Twitch momentan nicht. Und den Encoder auf NVN, sprich das Ganze über die Grafikkarte zu encodieren. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich persönlich würde eigentlich lieber über die CPU streamen. Aber das kommt, glaube ich, auch darauf an, ob ihr halt auf einem PC oder auf zwei PCs streamt, sprich ein Dual-PC-Setup habt. Nachdem wir nun alle Grundeinstellungen vorgenommen haben, möchte ich euch noch mal etwas über die einzelnen Bedienelemente im Streamlabs OBS erklären. Und zwar sind wir jetzt momentan noch im Editor-Modus. Das ist der Modus, den ihr auch aus OBS kennt, wo ihr einfach euren Stream erweitern könnt oder Sachen hinzufügen könnt, wo ihr alles einstellen könnt. Sprich, die einzelnen Szenen erstellen, sowie die Quellen hinzufügen. Ihr habt hier unten auch noch den Mixer. Da sind eure Audio-Quellen. Bei mir seht ihr momentan Desktop-Audio und mein Mikrofon. Wenn ich rede, dann schlägt das auch aus. Dann habt ihr ganz unten eine Leiste. Dort seht ihr hier unten den Verbrauch eurer CPU, wie viel FPS momentan ankommen, ob Dropframes da sind, mit welcher Geschwindigkeit ihr streamt. Solltet ihr online sein. Und hier rechts habt ihr zwei Buttons. Hier ist nun der Go-Live-Button. Das ist bei OBS dann Streaming starten. Und ihr habt den Rack-Button. Das wäre Aufnahme starten. Und ihr habt hier noch einen Button Test Widgets. Und zwar, wenn ihr Widgets hinzugefügt habt, wie zum Beispiel Alerts, dann könnt ihr diese Widgets hier testen. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr mehrere Buttons. Könnt ihr zum Beispiel auf Subscription klicken. Und habt ihr dann einen Streamlabs Alert eingerichtet, dann könntet ihr testen, ob der auch richtig funktioniert. Oben rechts findet ihr auch weitere Bedienelemente. Und zwar seht ihr einmal, mit welchem Benutzer ihr eingeloggt seid. Ich bin mit meinem Twitch-Benutzer eingeloggt. Ihr könnt euch hier ausloggen. Und ihr habt einen Settings-Tab. Ihr könnt auf den Discord von Streamlabs OBS kommen, über den Button hier oben. Und Bug Report. Darüber kommt ihr zu dem Bug Tracker von Streamlabs OBS. Da könnt ihr schauen, wenn ihr irgendwo einen Fehler gefunden habt, ob der da schon gemeldet ist. Oder könnt auch einen Bug, oder ein Bug ist ein Fehler, sollte das keinem bekannt sein, könnt ihr dort melden. Wenn ihr auf Settings klickt, dann öffnet sich hier dieser Settings-Tab. Das ist eigentlich auch der Tab, den ihr noch aus OBS kennt. Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten, nämlich die generellen Einstellungen. Stream. Dort stellt ihr ein, zu welcher Plattform ihr streamt, über welchen Server, mit welchem Stream-Key. Ihr habt ein Output. Dort könnt ihr halt für Streaming und für Recording jeweils die Bitrate einstellen, den Encoder. Was wir ja durch das Optimieren schon automatisch haben machen lassen. Ihr habt außerdem Audio. Bei Audio könnt ihr die einzelnen Audiogeräte auswählen. Bei Video könnt ihr eure Grundeinstellungen für eure Auflösung einstellen. Bei mir ist jetzt die Grundeinstellung 1920x1080 und skaliert wird das Ganze auf 1280x720. Wir benutzen den Landschoss-Filter. Das ist ein bisschen ein besserer Filter. Der macht das Ganze schärfer. Und wir haben 60 FPS eingestellt. Ihr könnt noch Hotkeys erstellen. Ihr könnt bei Advanced noch einzelne Settings einfügen, wie zum Beispiel, wie hoch die Prozesspriorität ist für Streamlabs OBS. Ihr könnt an den Farbschemata was ändern. Ihr könnt für Audio noch ein bisschen was ändern, nämlich euer Monitoring-Device. Also ihr habt ja auch viele Einstellungsmöglichkeiten. Im Endeffekt wurde durch das Optimieren generell schon mal alles eingestellt. Ihr habt euren Twitch-Account verknüpft und ihr habt durchs Optimieren eigentlich schon alles eingestellt. Hier oben links seht ihr nun vier Reiter. Das sind eigentlich die wichtigsten vier Reiter. Der Editor-Modus. In dem Modus kann ich halt das Ganze bearbeiten, kann was hinzufügen, was entfernen, kann es einstellen, wie ich das haben möchte. Dann habe ich den Live-Modus. Wenn ich in den Live-Modus gehe, dann sehe ich, welche Events gerade da sind und kann mir das Ganze live anzeigen lassen. Außerdem sehe ich, auf welcher Szene ich gerade bin. Ich könnte halt während ich streame hier die Szene wechseln und ich sehe auch mein Audio. Unten rechts in klein sehe ich Preview. Das wäre dann mein Stream, so wie er gerade übertragen wird. Bei Library ist auch sehr interessant. Hier findet ihr nämlich eine Riesen-Auswahl an fertigen Overlays und Bedienelementen, die ihr direkt zu eurem Stream hinzufügen könnt. Das ist ja das, was ihr euch immer mühselig zusammengesucht habt. Und das könnt ihr halt mit einem Klick direkt installieren und habt das in eurem Stream und könnt eigentlich direkt loslegen. Also wer wirklich von vorne anfängt, der ist hier ganz gut bedient, denn diese ganzen Bedienelemente sind kostenlos. Ihr könnt einfach draufklicken und habt das installiert. Bei Dashboard seht ihr nun eine Übersicht von euren Streamlabs-Aktionen. Bedeutet, ob ihr schon eine Donation bekommen habt, wie viele Follows ihr bekommen habt, wie viele Subscriptions, wie viele Hosts, wie viele Bits, wie viele Rates. Das ist hier alles angezeigt. Ihr könnt hier durch die einzelnen Broadcasts gehen, die ihr in den letzten Tagen hattet. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Ihr seht auch eine Eventliste, sprich, was ist als Letztes passiert. Und ihr könnt natürlich hier über diese Reiter auf die einzelnen Elemente zugreifen, zum Beispiel eure Donation-Settings, eure Account-Settings. Ihr könnt hier auch auf eure Widgets zugreifen, sprich, wenn ihr schon mal mit Streamlabs gearbeitet habt, dann könnt ihr hier auch direkt auf eure Widgets zugreifen und könnt auf die alten Widgets, die ihr schon erstellt hattet, ohne Streamlabs OBS, könnt ihr zugreifen und könnt da noch mal was dran machen. Dann könnt ihr auch direkt auf die Twitch-Extensions zugreifen. Das ist ganz nett. Ihr könnt auf den Chatbot zugreifen. Wer noch den Ankh-Bot von früher kennt, das ist ja nun der Streamlabs-Bot oder Streamlabs-Chatbot. Der wurde übernommen von Streamlabs. Das haben sie auch aufgekauft. Also die liegen gerade richtig los. Und auf den könnt ihr auch hier direkt zugreifen. Das ist auch recht cool. So, dann habt ihr hier noch einen Reiter Resources. Da seht ihr halt, was als letztes an Streamlabs OBS geändert worden ist. Also das ist ein Change-Log. Ihr könnt auf den Blog zugreifen. Im Endeffekt sind das einfach nur noch mal ein paar Social-Links. Das soll es auch gewesen sein mit dem Video zu Streamlabs OBS. Ich wollte euch das Ganze vorstellen. Das habe ich getan. Wir sind auf die einzelnen Bedienelemente eingegangen und wir haben Streamlabs OBS gemeinsam installiert. In den nächsten Videos werde ich auf die einzelnen Bedienelemente noch mal konkreter eingehen und werde euch alles im kleinsten Detail genau zeigen und erklären, damit ihr mit Streamlabs OBS euren Stream perfekt aufsetzen könnt. Vielen Dank fürs Reinschauen und solltet ihr mehr Videos von mir sehen wollen, abonniert doch gerne den Kanal. Ihr würdet mich damit riesig unterstützen. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao. See the word, see the word. See the word, walk and run. See the word.